So ihr Granaten, ich habe alles befolgt, was ihr mir vorgeschlagen habt. Ich war auf der Toilette, ne Buscoban habe ich nicht genommen, aber ich habe einen Schluck Tee getrunken, ich habe Leitungswasser getrunken, ich habe Salzstangen gegessen und ich habe einen Schluck Cola getrunken. Könnte sein, dass das jetzt alles zusammen falsch war. Nur gepupst habe ich nicht hier in der Kabine, das kann ich mir selbst nicht zumuten. Aber es wird schon wieder ein bisschen besser. Ja, Bauch geht, ich werde den Abend irgendwie überstehen, dauert ja nur noch drei Stunden. Das ist ein geiles Spiel, was jetzt kommt.